Hallo Monika, wie findest du denn unser Produkt MindFuck? Seit MindFuck ist das Leben viel einfacher geworden. Und nun macht der liebe Jörg mit uns ein MindFuck über den ADR. Ja, der ADR scheint berechtigt zum Transport gekennzeichneter Kraftfahrzeuge auf der Straße mit gefährlichen Gütern. Was? Gekennzeichnet? Wie sind die gekennzeichnet? Die Fahrzeuge sind mit orangefarbenen Wanddafeln gekennzeichnet. Sind da auch Zahlencodes oder Buchstaben drauf? Bei planen Fahrzeugen sind grundsätzlich neutrale orangefarbenen Dapeln, bei Dankwagen sind die mit Zahlen. Und manchmal ist da Flusssäure drin. Nee, das soll ich nicht sagen. Darf ich so nicht sagen? Das schneiden wir nachher raus. Nee, sag mal, gab's das bei euch auch hier der Flusssäureanschlag in der Baden-Bonner Stadtwerke? Ich weiß davon nichts, nee. Und zum Köln war das massiv in Bahnhöfen und so. Zügen. Gut. Voll krass. Ja, kannst alles machen. Tschüss. Dabei könnte Minfug doch so lecker sein. Aber wenn ihr da wohl hinwollt. Ach, ist das sein Motofug? Nein, Minfug. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Untertitelung des ZDF, 2020